Herzlich willkommen zu unserer heutigen Produktvorstellung. Heute möchte ich Ihnen einen Stuhl präsentieren. Es handelt sich um das Modell Milano, das hier sehr gut verpackt angeliefert wird. Alle Teile sind sauber in Folie eingeschlungen, also auch bei Ausliefung keinerlei Kratzer oder Beulen. Hier sehen wir die ganzen Teile in der Übersicht. Links die Rückenlehne, dann die Sitzfläche, dann die vier Füße und hinten die Querstrebe. Dort sind die kleinen Teile zu sehen, also bestehend aus insgesamt sechs Imbusschrauben, zwei langen und vier kurzen Imbusschrauben, dem Imbusschlüssel und vier Kreuzschrauben. Das einzige, was Sie für den Aufbau noch benötigen, ist ein Kreuzschraubenzieher oder Kreuzschraubendreher. Und noch besser, wenn Sie ihn haben, würde ich ihn auf jeden Fall verwenden, ist ein Akkuschrauber. So, zunächst werden die beiden Beine aufgestellt, vorne mit der Querstrebe verbunden. Achten Sie darauf, dass die beiden Löcher hinten innen sind. Vorne benötigen wir die lange Imbusschraube, also die 45er Imbusschraube, die wir mit einem Imbusschlüssel eindrehen. Dort sehen wir die beiden inneren Löcher und in diese inneren Löcher wird sozusagen die Rücklehne eingesteckt und dann auch hinten mit zwei Imbusschrauben, mit den beiden kurzen Imbusschrauben, das sind die 25er, mit dem Schlüssel festgezogen. Dann richten wir den Stuhl eben aus, am besten auf einen Tisch und werden die Sitzfläche verschrauben. Das geht am besten mit dem Akkuschrauber. Das dauert ein paar Sekunden pro Schraube, also vier Schrauben werden angezogen. Und dann ist das Ding äußerst stabil. Der Stuhl Milano ist, wie Sie sehen, ein relativ schlanker Stuhl mit einer hohen und geschwungenen Rückenlehne. Die ganze Sitzfläche und die Rückenlehne ist gut gepolstert, besteht aus Kunstleder. Darüber hinaus verfügt der Stuhl über ein stabiles Stahlgestell. Und aufgrund seiner schlanken Bauform empfehle ich dieses Modell insbesondere für kleinere Wohnungen, für Studentenwohnungen, für Personen, die gerne auch am Bistro-Tisch nutzen, um daran zu sitzen. Aufgrund des Preises ist das ein Einstiegsmodell, den sich jeder leisten kann und auch durchaus stabil und dauerhaft. Ich sage herzlichen Dank für Ihr Interesse, wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Stuhl Milano.